so halli hallo und willkommen zurück bei james bond night fire ja wir sind wieder im spiel hier hat man letzt mal aufgehört hier geht es nicht weiter deswegen moment warum sich nicht von meiner war jetzt ist wieder da das zielkreuz da fängt schon die musik wieder an das ist kein gutes zeichen irgendwas ist jedoch ist da einer tatsächlich mal schauen hier da kommt er erledigt der auch als würde ja noch nachladen hast du auch zu schießen das liegt ich hin so okay das erscheint mir hier alles ein bisschen tief aber noch mal eben gucken ob ich hier irgendwo was sehr aber schießt ja auch keine mehr auf mich wollen wir machen greggs inselbad ist erreicht dass man nämlich eine andere waffe damit da noch also okay hier geht es schon mal nicht dann da ging es ja auch nicht dann gehen wir mal hier entlang weil ich jetzt keine lebensenergie ich glaube ich habe keine verloren das sieht doch schon mal hier ziemlich gut aus james ich habe einen jeep gefunden und bin auf dem rückweg aber ich werde verfolgt treffen sie mich an der brücke ich brauche ihre hilfe sprengladung an allen stützpfeilern platzieren da dürfen die drei hier sein ja dann würde ich sagen rein ins wasser baby wir schwimmen zu alura habe ich doch noch richtig in erinnerung den namen oder so auf jeden fall schwimmer schwimmen wir mal hier rüber ja da haben wir die nummer eins zwei stützpfeiler noch ja wo wird auf mich geschossen wer kommt dort denn her ach da hinten bleib stehen bleib stehen komm ich will dich killen wo bleibst du hin jetzt ist aber gut ja genug rumgerenne rumgelaufe den haben wir auch jetzt sprengladung ja habe ich das war gut danke dass sie meinen hintern im auge behalten auf den habe ich schon immer ein auge geworfen so da mal wieder ein eine zusammenfassung sackgasse alura wir müssen uns hier abseilen wenn wir weiter wollen gut festhalten und keine sorge ich fange sie gern auf wenn sie fangen die aufsicht hier ist wahrlich beeindruckend oder ja allerdings das sind dieselben sicherheitsschaltkästen die sie auch in den höhlen verwendet haben den ganzen komplex hier habe ich in fünf minuten gehackt dann sollten wir ohne probleme reinkommen leider ist es nie so leichter lura sehen sie sich hier mal um ich erkunde inzwischen die perimeter verteidigung und plane unser eindringen ich plane unser eindringen ja ja ich verstehe schon so sicherheitsverkehrung des komplexes durchdringen da war sehr schön böse alura warum hat die eigentlich so wenig an ich meine ich will mich nicht beschweren so ganz nett aus aber ist das so warm hier dann könnte ich doch eigentlich auch weniger anziehen alura alura so ja aber hier schau aha da wollen wir direkt das scharf schützen gewährnehmen wo habe ich nur noch zehn schuss ok ich sehe aber noch keinen gegner hier wo doch hier da sehe ich ein da liegt wird am boden ich glaube ich falle auf direkt auf ihn kommt noch mehr da da ok ah habe ich die nicht getroffen sehr schön so gut was haben wir denn hier bieb bieb ok dann würde ich sagen nehmen wir eine andere waffe ich weiß nicht oder ich gehe nochmal zurück aha habe ich den erwischt scheiße habe ich den nicht aber das gibt es doch nicht aber das war ich meine fresse naja ich wollte den ja sowieso wegwerfen so ganz glücklich bin ich mit dem ding auch nicht geworden was haben wir denn da ist eine besondere waffe oder ist das wieder das normale gewehr nee das ist das ganz normale gewehr ach manno warum denn so weit ich habe gedacht das wäre jetzt was besonderes komm ich da auch so drüber oder hier durch ja das geht so ok nee das ist die alarmanlage bestimmt denke ich mal ne ja naja also ach so das war nur die schranke ach so ich habe ja jetzt ein bisschen schiss gehabt dass ich den alarm aktiviere ok das sieht gut aus oh kamera computer aus halt die klappe da wer tippt da und geht da ab ich gehe hier nochmal raus ich habe nur noch drei lebenspunkte sehe ich gerade gehen wir nochmal hier hin ich hoffe ja dass ich hier noch was finde ah moment da sehe ich schon was naja ist ja gut lebensenergie haben wir gefunden finde ich gut aber die tür ist zu najaa dann gehen wir mal hier weiter najaa ah wie viele ne das gefällt mir nicht oh jetzt werden aber ein bisschen viele hier ok aber die habe ich schon mal da ist noch einer oh der hat irgendwas geworfen na wo sind sie das heißt ich sehe nix wer tippt denn da immer ne oder gehe ich erstmal hier gucken aber ne da war ich ja auch schon da habe ich nichts verpasst warum greifen die ja nicht an najaa najaa wenn sie nicht wollen sind hier noch mehr gegner ich glaube ja ja oh scheiße okay das sieht nicht gut aus kann ich den auch ausmachen den alarm ne ich glaube nicht scheiße daneben sind wir noch nicht getroffen die wird doch nicht jetzt aber okay ich bin vielleicht ein bisschen arg vorsichtig und wieder was loswerden was nehme ich denn da die pistole äh ja ich glaube hier habe ich sowieso nicht mehr viele Muni dann werfen wir das mal weg so ok aber wir wollen ja nicht mit den blanken Fäusten da reingehen ok da ist niemand jetzt gehe ich aber erstmal nochmal hier zurück ich will nochmal gucken was hier so sonst noch so lauert da war doch bestimmt noch mehr ich hatte doch mehr wie zwei Gegner gesehen oder oder vertue ich mich da hm anscheinend vertue ich mich da ich will nochmal gucken Sicherheitsvorkehrungen ja das ist immer noch der gleiche da gehen wir aber mal kurz gucken was haben wir denn hier ist hier irgendwas besonderes sieht nicht so aus ah Moment mal was haben wir denn hier oben wo ist mein Handy nein das doch nicht das meine ich genau achso da kann ich mich aha aha könnte ich auch da rüber gehen ich wollte erst nochmal hier schauen ob hier irgendwas ist ach wo komme ich denn da hin ist ja was interessantes sieht nicht so aus oder hm ne okay das ist mir zu weit raus aus dem Gebäude das gefällt mir nicht so okay was haben wir denn noch hier schönes Idee irgendwas besonderes nein ich glaube nicht gehen wir mal hier weiter war das nicht hier irgendwie wollte ich doch sagen dann müsste doch gehen ja genau sag aber nicht ah ist das jetzt ein Hindernis warum nee das war keine gute Idee das hätte ich nicht machen sollen ich bin mal gespannt hoffentlich sterb ah gar nicht so übel scheiße wo kommt der denn auf einmal her ah nee da kommen kann man da durchschießen anscheinend den hab ich aber jetzt erwischt oder ja oh oh was heißt hier los 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 nein ah ich bin schon ganz nervös hier meine Uhr Moni ah sehr schön Panzerplatten aber leider nicht sehr viele aber wir hatten ja an der anderen Stelle hatten wir ja auch noch Schränke habe ich noch so in Erinnerung hoffentlich lauert jetzt nicht irgendwo noch irgend so ein Schmutzbuckel und macht mich hinterrücks fertig gehen wir hier nochmal so ein bisschen durch vielleicht habe ich hier ja was übersehen so hier war genau das hatte ich nämlich noch gesehen jawohl sehr schön okay das muss ich nicht haben und eigentlich mehr die Panzerplatten die waren mir wichtiger und hier liegt gar nichts rum gar nichts mehr das ist sehr schade muss ich sagen aha hier komme ich sowieso nicht weiter hätte ich besser vorher hier die Schränke absuchen können da müssen wir halt hier wieder entlang laufen so hier rum da runter hoffentlich habe ich nichts besonderes übersehen so gucken wir mal ob wir hier durchkommen anscheinend nicht also gehen wir hier entlang so dann wollen wir mal gucken okay hier ist immer noch niemand zu sehen ich glaube ich wechsle mal die Waffe obwohl ich bleibe doch dabei heiße so ist gut so gefällt mir das da war noch einer ach da ja hab ich hab ich hab ich so jetzt ist die Frage wo gehe ich jetzt hier entlang schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um ach so ich hab grad was da oben gesehen ich hab nicht das Gefühl dass ich ihn treffe und so auch nicht ne sieht nicht so aus okay dann müssen wir hier ein bisschen komm schon oh der hat irgendwas geworfen scheiße blendgranate aber die bleiben da oben das ist schon mal nicht schlecht erwischt ja so nicht jung da komm warum treffe ich den denn nicht meine Fresse ne aber hier komme ich dann immer noch nicht rein ne das ist natürlich gar nicht dann müssen wir würde ich sagen ah da ist noch eine Tür da gehe ich mal rüber ne gehen wir mal hier hoch ah da hinten sehe ich was das könnte die Lösung sein gehen wir nochmal eben darüber ähm jetzt brauche ich natürlich wieder das ah was soll hat ich wollte da oben hin Mist okay das war schon mal nicht die Lösung ja gut aber wie es hier weiter geht seht ihr dann im nächsten Part bis zum nächsten Video ciao und tschüss